Moin Leute, ich begrüße euch, hier ist es nur noch um 30, ich komme gerade ein bisschen von Fahnen zurück, das heißt von Feiern, von Bördern, Baddern, was weiß ich, ja. Also, wir starten gerade hier, wir haben uns ja, auch wenn es mit Donuts war, alles mögliche verbraucht, ja. Deine Institution hat sich verbessert, ja. Hier seht ihr es. Okay. Dein Team. Der Jessen, der hat geschrieben, um 20.000, wer ist denn online? Nora, Anjo, Jessen, die sind eigentlich immer online. Auf jeden Fall. Wir haben wieder auch 100, 100, nein, 300, 200, ja. Was wir jetzt gleich machen ist, ich wünsche euch nochmal ein frohes neues Jahr. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr mal die Spezialeinsätze. Aber der hat angefangen, wird nicht, nein. Dieses Jahr mag Herr München wahrscheinlich auch nicht. Und ja, ich wünsche euch allen ein frohes neues. Eine Ausknobelwiller, ich will nicht auf den Weg, das macht auch nichts. Dann geschrieben, ja, ich habe das Ding verlassen, weil es nicht gemacht hat. Nein, das stimmt nicht. Ich wünsche auch Knobelwiller ein frohes neues Jahr. Hoffe, ihr habt im nächsten Jahr, äh, in diesem Jahr, sorry. In diesem Jahr viel Spaß und ja, alles. Alles. Viel Spaß. Kriegt gute neue Member. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch, dass ich bei euch sein konnte die paar Tage. War nicht viel, aber ja, ich habe ja die Klasse gestartet. Das ist mein eigenes Team, das hat mit Nora. Und ja, deswegen, ja, kommen wir mal aufs Wochenturnier. Wir sind immer noch Rang 70, haben noch 300 Energie, Ehre, Rang 60, Top 100 bleib ich und das passt mir so. Ja. Affa. Die Huhn, oh nein, Leute, wie nennt ihr euch denn? Also, 40% Ausbau haben wir schon. Schauen wir mal, ein Geläfler war ich wünsch auch Geläfler, ein schönes neues Jahr. Okay, ich will nur den Kampf sehen. Okay. Hopp. Ups, nein, hä? Hä, wo kann man das denn anschauen? Muss man? Ich habe nicht gedacht, dass man dafür Mitglied sein muss, aber ja, man muss dafür Mitglied sein. Und auf jeden Fall, machen wir noch ein paar Duelle. Vielleicht kriegen wir ja ein paar. Ein. Kerber 250, Ausknuddelvilla. Schaffen wir dich? Ich glaube nicht. Nee. 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 Das ist mir zu viel. Der Herbert, der Herbert. Ist mir. Das schaust auch. Kommt er noch einfach mal. Da. Mr. Anbetäugt, es könnten wir schaffen. Wie vorhin. Ey, nein. Nein, wir haben verloren, leider. Wo ist Mr. Anbetäugt? Können wir nochmal versuchen. Und ja. Nein. Nein, 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 nein. Ich muss einfach mal anfangen, dann. Ich will einfach einen Donut kriegen. Er hat eine bessere Skillung. Ich glaube, es bringt Institutionen so viel, wie man es glaubt. Nein, bringt es. Ja. Und verleuchtet es ja alles schon mal sehr gut. Finde ich gut. Ja. Wie gesagt, ich grüße euch alle. Ich wünsche euch alles Gute noch in diesem Jahr. Schaut schön meine Videos an. Ich fange bald auch an zu streamen. Leadschaft Langs und so. Und ja. Falls ihr immer noch in unser Team wollt. Ich, Nora und Batman und alle anderen stehen euch zur Verfügung. Und ja. Kein neues Angebot. Egal. Wir wünschen euch alles, alles, alles Gute. Ja. Und damit verabschiede ich mich leider schon noch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine kurze Folge. Heute Mittag kommt doch eine. Oder heute Abend. Ich muss noch schlafen gehen. Kommt doch eine neue. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir banden noch die Mission. Wir können hier sogar noch im Secondhand-Shop lächeln. Finden wir was. Total plus 15 finde ich gut. Minus-Kondition. Nein. Das könnten wir nicht nehmen. Plus Krebs. Minus-Kondition. Nein. Nein. Minus-Kondition. 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 Minus-Institution. 31,2% Chance. Plus 2 total. Wir müssen gucken. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Das verkaufe ich auf jeden Fall. Das könnten wir. Das kaufe ich heute. Und schleudere ich direkt auch in die Waschmaschine. Ich denke, wir haben was geändert. Minuskondition Pluskraft Ich glaube, das ist keine gute Idee. Verkaufen wir dann wieder mal. Das behalten wir noch erstmal. Toll ist was. Überspringendes und 2200 Erfahrungen. Wir machen kurz die Quest. Nein, was mache ich denn? Wenn ich eine Quest mit 3 Minuten und 2000 Erfahrungen finde, mache ich die kurz. Passet mich dann nur ein Donut. Was gibt es dann so noch? 6 Minuten. 5 Minuten. Keine guten Quests. Machen wir die kurz. Und ja. Fertig. Und im neuen Jahr sind wir direkt mal 108. Unser Begleiter ist Stufe 118 sind wir schon. Der Begleiter ist Stufe 5. Wir können dann Institution skillen. Ja. Ich mache mal irgendwelche mit schweren Gegnern, weil ich die Quest habe. Schweren Gegner zu besuchen. Und ja. Grüße euch nochmal alle herzlich im neuen Jahr. Hoffe es wird ein erfolgreiches Jahr für euch. Und verabschiede mich und verabschiede mich dann auch noch. Und bis heute Morgen. Heute Morgen. Nein. Bis morgen. Bis heute Abendmittag. Tag dann. Und ciao Leute.